Ich gebe dir die Erlaubnis, schlachte sie ab. Wie ist es so so schwarz? Moin! Kämpfet meine Bürger! Are you mocking me? Und meines Leben! Einer weniger. Sehr schön! Ja! I'm the winner! Na ja, und Schwert macht schon was her! Oh ja! Hm, da! Lass uns die Totalen! Ha 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 ha! Hä? Schlachtet ihn, Henker! Beim zweiten Mal tut es noch mehr weh, wenn der Klee nicht abgetrennt wird. Hm. Da muss ein Habar filmen, wenn er gegenseit wird, Alter. Irgendwelche letzte Worte, Bauer? So! Für die Straftat einer Fesslung eines unserer Leibwachen werdet ihr nun verurteilt mit der Hängung. Seht wohl! Was ist denn da, Henker? Nein! My blade is ready! Ha 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 ha! Aufm Tisch! Geil! Habt ihr irgendwen entführt? Nee! Will ich ihn jetzt umlegen? Der hat kein Bett, ey, der arme Kerl! Seid ihr unten beim Galgen? Seid ihr unten beim Galgen? Baumow prangeln! Wir tun ihr in seiner Hütte auch prangeln! Geben! Nee, besser nicht! Leute, wo seid ihr? Seid ihr unten beim Galgen? Nee, wir sind unerwegt! Ich hoffe, das geht! Ha ha ha! Komm, wir hauen ab! Vergiss nichts zur Hohle! Jetzt zieht er mit dem Schlossack rum, Mann! Warte, du reicht! Ah, das ist Wolf! Alter! Ja, mach, Mo! Na, hey, ihr könnt da einen hängen! Leute! Leute, ich hab was zum Hängen für euch! Was? Da ist der Mandaro, der wurde von einem Kerl gefangen, der mehr Rüstung hat! Schnapp durch den Mund! Renn weg, renn weg! Ist das geil, Mann! Habt ihr gehört? Moment, Moment! Das ist grad zu geil, Alter! Oh, nee, Mann! Wie das aussieht! Du hast den Tizar mit den Leinen und den Wolf verfolgt! Der will den Fresse, Mann! Jetzt folgt er mir! Ja, Kevin, was ist? Hast'n abgeladen? So! Wir gehen halt... Wir gehen halt jetzt Gassi mit dem Kollege, Alter! Wir gehen halt jetzt Gassi! Oh, da ist doch schon ne Staffen! Wir sind ge... 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 Da zu sein! Das heißt, ihr werdet gehängt! Ganz einfach! Es gibt keine Diskussion! Keine Milderung der Sprache! Ihr habt nur einen letzten Wunsch, den ihr beide jetzt äußern könnt! Also, bitte! Dennt eure... Ich werde ihn aufmachen, nicht kurz zu schmerzlos! Dein Wunsch sei dir gewehrt! Ein... Letzte Worte von ihnen? Kleiner Bauer! Kleiner! Hängt ihn, Henker! Ja! Oh! Oh! Ida, kirklob erwegein in den Kanenta! Ida, kirklob erwegein? Ida, kirklob erwegein? Ida, kirklob erwegein? Ah! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.